Hey Leute, benutzt diesen Creator-Code Hamed Loco für einen kostenlosen Lego-Skin. Yeah! Keiner bekommt einen Lego-Skin, das ist einfach nur ein Witz. Benutzt ihn trotzdem. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Fortnite. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders. Da stimmt was nicht. Wir spielen Fortnite nicht in Fortnite. Wir spielen Fortnite in Roblox. Fortblox. Beschreibung. Schließen sich unser Group hier für 500 Wood an. Guckt euch die Bilder an. Es ist original 1 zu 1 Fortnite. Es heißt einfach nur Fortblox. Okay. Oh, Bruder, selbst der Hauptscreen ist gleich. Selbst der Hauptscreen ist gleich. Okay. Oha! Es gibt sogar Save the World. Legacy Fortblock. Das ist, glaube ich, das Normale, ne? Oh mein Gott, Bro. Das ist sogar der Sound, Bruder. Selbst die Einstellungen sind gleich. Es gibt sogar Skins. Es gibt Skins. Es gibt Skins. Es gibt einen Pökelpass. Man kann sich Skins kaufen, bitte, Leute. Wer ist so dumm und kauft sich den Skin hier? In Fortblox. Der Skin heißt einfach nur Giat. Der Skin heißt einfach nur Giat. Rare Blue Kill Effect. Hä? Ich hab doch... Hä? Ich hab doch voll viele gekauft. ACD ist die Spitzhacke. Okay. Wir sind ready, um in die erste Runde zu gehen. Wir sind ready für die erste Runde. Beharrte Ausländer, Niveau 1. Ah, ich muss erst mal noch meine Sachen ausrüsten. Wir nehmen den Skin hier. Okay, let's go. Wir gehen rein. Was ist denn das hier? Wir springen einfach. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Bruder, was hab ich mit einem fetten Arsch? Ich hab ja ehrlich Giat bekommen. Ich kann es nicht mal kaputt machen. Okay, okay. Medikit. Und eine Waffe. Man kann zoomen, alles. Digga, man kann ja gar nichts kaputt machen. Ich höre ihn. Komm her. Er hat Angst. Komm her. Ich hol mir seinen Arsch. Lass nach. Oh nein, er hat ne Pomp, er hat ne Pomp. Nein. Ich muss meine Wiederbelebung kaufen. Was ist das denn? Meine Sachen. Ich bin tot für immer? Okay, nee. Nicht mit mir. Ich land diesmal woanders. Das war kein guter Spot. Ich wurde von allen Seiten umzingelt. Das war kein guter Spot. Ich muss erstmal ein bisschen looten. Versteht ihr? Da oben. Ich seh's. Da oben. Bro, mein Ass. Was soll? Man kann den Schirm nicht mal mehr zuklappen. Warte, könnte ich theoretisch einfach an den Rand fliegen? Oh mein Gott, theoretisch schon. Oh shit. Oh, blaues Schild. Eine goldene, irgendwas. Erstmal trinken. Es ist alles gleich. Es ist wirklich alles gleich. Kann ich runterspringen und dann? Warte, wie komm ich denn jetzt hier runter? Ah, jetzt noch ein Medikit. Eine Pomp. Wichtig? So. Pomp hierhin. Zack. Okay, jetzt nochmal hier schnell hoch. Ach, das ist auch eine Pomp. Raketenwerfer. Das heißt, die Pomp brauchen wir nicht. Oh shit, Digga. So. Oh, ich bin volles Leben. Okay, ich seh keinen. Ich seh keinen. Wir sind echt gut ausgerüstet. Wir haben fast alles, was man haben kann. Warte, was wenn ich jetzt... Mann, also ich kann nichts abbauen. Das ist ein bisschen weird. Wir sind noch 24 am Leben. Ich hab was gehört. Bum, Junge. Boom. Nicht mit mir, Bitch. Mhm. Mhm. Was ist das denn? Ah, das ist ein Sniper. Ich hab schon einen Killchat. Warte. Oh shit. Oh mein Gott. Er kommt. Ich wurde von hinten geholt. Fuck. Mann, Modus ändern, Mann. Schlacht Royale lieber. Ich kann gar nicht draufklicken. Man kann nur das eine spielen. Schwarze Ops bekommen. Wir haben Schwarze Ops als neuen Ding. Oh nein, ich bin aus Versehen gesprungen. Oh fuck, ich komm nicht rein. Oh nein, hier ist alles gelootet. Hier ist alles gelootet. Was? Mit einem Schiss. Mit einem Schiss. Wie unfair. Und warum hab ich das Level... Oha. Das Level komplett getötet. Gyat-Skin war besser, ne? Gyat-Skin war besser. Ich hab einen neuen Skin. Ich jump hier hinten in diesen... Aha, genau dahin. Und dann hoffen, dass ich einen Sniper bekomme. Nein, es ist schon gelootet. Da, dich hol ich mir, mein Freund. Dich hol ich mir, mein Freund. Ich kann... Ich kann... Ich hatte nur eine Moni... Ah, was ist das? Ah, Mann! Komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Ja, ja, ja. Ich war eine Sekunde davor. Eine Sekunde. Es kommt wieder der Bubble-Bud. Bubble-Bud-Skin. Es klappt. Battle Royale-Lobby, endlich! Wir sind da, Baby. Ich hab zwar nicht mein Bubble-Bud-Skin drinne, aber wir gehen rein. Die erste normale Runde, Chat. Let's go! Let's go, Battle Royale! Oh, 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 oh. Wie kann ich meine Emotes machen? Oh, yeah. Okay, let's go. Wie die alle direkt springen. Ich springe immer ganz zum Schluss erst. Wie dumm von denen. Das hab ich nur gemacht, um die Stream-Sniper wegzulocken. Weil ich clever bin. Komm schon. Jawohl, perfekt. Digga, besser geht's nicht. Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken. Oh, bitch! Nimm das, bitch! Bisschen heilen, Chat. Oh nein, die Zone kommt. Die Zone! Hey! Was? Er hat gehackt. Von wo kam er? Von wo kam er? Digga, man wird einfach von Oleg umgebracht, Digga. Ja, zurück zur Lobby, zurück. Er ist sogar im Stream. Oh mein Gott, Oleg, bitte. Verpiss dich. Wir sind drinne. Zweite Runde. Wir brauchen den Battle Royale-Sieg, Chat. Ich bin ready. Gibt's sogar Teams? Da das hier als Video kommt, vergesst nicht, Ausrufezeichen, Creator-Code, Hamed-Logo zu benutzen. Warte mal. Gibt's auch Creator-Code in Fortnite-Dings-Blocks? Fort-Blocks? Digga, ich hab schon... Bruder, wie viele Stream-Sniper sind hier? Oh mein Gott, bitte. Clever, Chat. Einmal direkt springen diesmal. Weil keiner damit rechnet, von den Stream-Snipern. Easy. Bam, Junge. Drei Kills, Chat. Ich hab drei Kills. Was? Feist da nie 0-2, Junge. Mann. Ich mach so Auge auf den hier gerade, Chat. Es sind noch sieben Stück am Leben. Wir machen Auge. Digga, warum... Er ist so ein Spitzer, ne? Guck mal, wie er da ist und einfach snipen will. Guckt euch das an. Wie dreckig. Nicht getroffen. Ah, doch getroffen. Es sind nur noch sechs am Leben. Aber nein, nein, nein. Es war wer an. Er hat keinen Goal-Chat. Man sieht die Kills links. Es sind trotzdem nur noch zwei am Leben. Hoffentlich holt ihn wer. Komm schon. Ja! Denkt, er kann alle wegcampen. Wo ist denn der andere Gegner? Es sind noch zwei. Digga, guck mal, wie er springt. Er hat irgendwie eine Taktik. Wo ist der letzte? Er geht auf Hilov. 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 Er stirbt. Der andere hat Hilov gemacht. Und er tanzt ihn runter. Oh mein Gott. Was ein kracker Typ. Letzte Runde. Ey, Michael, wie heißt du? Michael, komm rein, Michael. Joe, Mama's Feed. Ernsthaft. Ich bin drin. Wir sind drin. Komm in Discord. Let's go. Wir gehen rein. Digga. Es ist nur... Bruder, die Lobby stirbt gleich aus. Digga, was passiert hier? Ich spring einfach, wenn du springst, Bruder. Okay, ich spring, wenn ich spring, okay? Ich werde es nicht sagen, damit die nicht wissen, wann. Du kannst doch deinen Cam kurz halten. Nein, einer ist noch hinter uns. Ich sehe ihn. Nein, nein, nein. Nein, ich komme nicht hoch. Ja, ich spring runter. Es gibt keinen Fallschaden. Es gibt keinen Fallschaden. Digga, es gibt diese... Ähm... Bist du das? Ja, das ist nicht. Nein, es wurde auch getroffen. Boah, das kriegt nicht. Digga, die gehen halt alle auf uns. Ach so, ich habe zurück zur Lobby gekriegt. Alter, 5000 Leute gehen auf uns drauf. Digga, nimm mir jetzt die scheiß Einladung an, Digga. Digga, ich kriege von allen, ne? Ich gehe gleich in eine Einzelrunde, ne? Ich sage dir ehrlich. Geh einfach Einzelrunde. Bruder, end modding. Geh einfach Einzelrunde rein. Ich steuere dir einfach nach. Wir gehen rein, wir gehen rein, wir gehen rein. Ey, bitte lass mich doch einfach in dieser grünen Box in Ruhe. Bitte. Bitte. Ich will doch einfach nur in Ruhe gelassen werden. Wir spielen jetzt was anderes, Chat. Das war mir zu viel, Fortblocks. Das war mir zu viel, Fortblocks. Wir spielen jetzt was anderes. Das war mir zu viel, was anderes. Bis zum nächsten Mal.